La Paloma, oh hey, wir kommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, bitte mir. So. Da hau ich doch jetzt hier erstmal schön gemütlich die Steine hier alle weg, nee. Wer will denn diesen Gedöns immer hier? Mach mal so. Mir gibt die Nase. Alter, das ist ja richtig nice jetzt mit den ganzen Eisen und Wetstone, das gefällt mir gerade richtig gut. So kommen wir auf jeden Fall an unsere Levels, sodass ich mich wieder mit meiner schnellen Pickaxe sofort bewegen kann. Jawohl, ich hab's gerochen, dass es dunkel ist. Ich hab's gerochen. Dankeschön. Jetzt sagen viele Globo, da muss ich nicht schlafen gehen. Doch, doch. Sonst ist oben Kuiper, ich komme hoch und es macht Kraboum, Kuiper da, Heaven kaputt. Haus kaputt oder was weiß ich, hab ich keine Lust drauf. Einfach schlafen gehen, Goodies. Ja, außerdem merkt man, dass ja das Minecraft-Männchen schlägt natürlich dann auch langsamer und so, ne. Also, nur dass ihr Bescheid wisst, also. Oh. Hm. Ja, wenn ich die Steine rausnehme, dann musst du doch nicht. Zack, zack, zack. Alles klar. Zack, zack, zack. Weiter buddeln. So, dann, weil das da ist, können wir das doch ein... Ach, scheiße, jetzt hebt er die sowieso wieder auf, ne? Einmal nach unten. Noch ein tiefer, bitte. Ja. Noch ein tiefer. Da ist Einstein. Ups. 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 Die müssen wir behalten. So. Die müssen wir ja mitnehmen. Die liegen da jetzt. Aber wieder Platz. Lieber Kohle und Wetstown und Eisen. Wenn wir alles gut gebrauchen, Leute. Ja, 32 sind wir schon. Und in den Öfen haben wir auch noch Eisen drin, was wir rausnehmen. Und dann machen wir damit auch schon wieder ein paar Level. Ach, das ist doch alles super. Mache ich mir gerade überhaupt keine Gedanken um. Das läuft gerade wie geschmiert. Nach dieser Folge suche ich mir mal ein paar Themen raus. Habe ich nämlich total vergessen. Ich könnte jetzt auch das Handy nehmen, wie ich es manchmal mache. Aber ich schaffe das schon, euch mit dem ein bisschen zu voll zu quassern. Ja, mit irgendwelchen gebrochenen Dreck hier, ne? Ist ja nicht so der Ding. So, hier mal ein bisschen Wetstown. Und dann den ganzen Dreck hier einfach abbauen. So. Da hin, hier. So. Klack, klack, klack. Sehr schön. Dann wollen wir doch einfach mal gucken, wie das hier läuft. 32, überhalb schon. Hier noch ein Viertel. Dann haben wir 33. Das geht so schnell. Also das muss ich ja wirklich sagen. Also das Leveln, das hier unten ein bisschen... Ja gut, wir hatten natürlich jetzt auch zwei gute Gänge, ne? Erst war dieser Gang hier scheiße. Aber in dem Sinne haben wir gegenüber fünf Diamanten hier vier Diamanten. In dem Sinne... Neun Diamanten rausgeholt. Nicht ganz okay. So kriegen wir auch wieder ein bisschen... Ein bisschen, bisschen, bisschen. Ja, genau. Diamanten im Überfluss. Aber im Überfluss kann man eigentlich auch gar nicht sagen. Wir hauen hier schon die Dias durch, als wenn das gar nichts wäre. Gerade wenn man wirklich verzaubern will und dies und jenes. Normalerweise müsste ich mir eine neue Brust noch machen und... Gucke mal da. Wie wunderschön ist das denn? Noch ein Dias. Haben wir hier noch mehr? Nein? Hier oben irgendwo? Nein? Sehr schön. Gut, weiter geht's. Freibern das nur. Dann bin ich mir wenig, du. Da muss man noch mal eine hinsetzen. Sonst ist das hier nachher so dunkel. Irgendwie kommt immer Eisen, Wetstone und Kohle zusammen. Wenn wir gleich irgendwo noch Wetstone finden, dann ist wirklich meine Taktik bestimmt. Das ist jetzt so grell, dieses Geräusch, wenn der das einsammelt. Hört sich schon ein bisschen bemurkst an. Weiß ich nicht, ob das jetzt so grell auch in der Aufnahme sich anhört. Aber ich denke schon. Also das hört sich echt ein bisschen komisch an. Wetstone haben wir keins gefunden, aber Kohle und Eisen zusammen. Ja, schon ziemlich heftig. So. Ein, du. So. Wenn wir hier mal überlegen, wie weit wir gehen. Hier ist echt nichts mehr. Mal erst mal kaputt machen. Ja, das war's. Ja, nicht viel, ne? Gewesen in dem Gang. Äh. Pff. Eigentlich hätte ich mit mehr gerechnet. Okay. Upsa. Nein. Drei. Drei. So. Drei. So. Nehmen wir uns drei neue mit natürlich. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt könnten wir doch eigentlich beigehen. Eine Axt bitte. Tag. Nehmen wir hier eine Fackel hin. So. Mal noch einmal. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie hat mein Instinkt mir gesagt, hau da nochmal gegen. Ja. Okay. Hat mein Instinkt ja ganz gut gelegen. Und so, jetzt habe ich nämlich gleich eine Idee. Und dann gucken wir einfach mal. Aber erst mal siehst du hier wieder Kohle, Eisen und Redstone. einen Punkt. Einen Punkt. Jawohl. 33 Leute mit den Eisen aus den Öfen haben wir auf jeden Fall genug Level. Meine Diamantenspicke. Pff. Spitz. Pff. Spitz. Pff. 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 Ich habe Sprachkomplexe. Spitz. Pff. 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 Spitz. Pff. 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 Alter. Ich habe voll die Sprachkomplexe. Aber gerade mal richtig derbe hier. So. Da nehmen wir auch mal mit hier. Das. 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 Mein Gott. Was ist jetzt los hier? Ja. Mein Gott. Noch mehr hier? Sehr schön. Na, guck mal hier. Das hört gar nicht auf. So, hier ist unser Gang in dem Sinne. Ja. So, das ist unser Gang. Jetzt muss ich erstmal gerade überlegen. Also, nein, das hier muss weg. Das haben wir gesehen. Da müssen wir bauen. So, hier gehen wir jetzt weiter. Und gehen wieder zurück, bis wir in unserem Raum stehen. Sollte funktionieren mit drei Pickaxe. Wir haben ja vorhin auch mit drei, sind wir ja auch, in die andere Richtung gekommen. Also könnte das ja gut funktionieren. Und dann sollten wir genug Level haben, dass ich meine Diamanten-Pickaxe nehme. Vielleicht kriege ich auch noch eine Schaufel. Vielleicht kann ich dann auch mir noch eine neue Brust bauen, weil die man mit Mineralien... Alter, was ist denn heute los bei mir? Die Mineralien habe ich auf jeden Fall. Und dann sieht das nämlich alles auch schon wieder ganz anders heute aus. So, das bauen wir auch noch alles ab hier. Und das, und das, und das, und das. Zack, zack, zack. Und das, dies, das, dies. So. Und hier gehen wir noch ein bisschen. What's down? Früher war das doch so, dass man Verlust gemacht hat, wenn man über 30 gegangen ist. Ist das heute nicht mehr? Ich glaube nicht, ne? Und wir haben keinen, keinen Platz mehr. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Dann gehen wir mal gerade vorbei hier. So. 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 Dies brauchen wir auch nicht. So. Das brauchen wir auch nicht. Antrazit. Was brauchen wir denn den Scheiß hier? Den Scheiß brauchen wir auch nicht. So, nur Müll hier im Winter. So, weiter geht's. Oh, ich sitze zur Scheiße. Rückenschmerzen, du. Haben wir denn noch genug Fackeln? 36. Ja, und wenn, dann können wir uns auch noch welche bauen. Haben wir die Werkbank mitgenommen? Haben wir mitgenommen. Haben wir, ey Gott. Haben wir eigentlich mitgenommen, du. Sag's euch. Kein Ding hier. So. Bauen wir jetzt hier diesen Gedöns. Alter, so viel Eisen, Alter. Mega gut. Ja, den Pool haben wir ja letztes Mal auch fertig gekriegt. Wir haben ja hinten noch aufgeräumt hinterm Haus. Ich will noch die Wege gleich fertig machen. Also ich hab heute noch viel, viel vor. Ich wollte aber erst mal eine Runde farmen gehen, wirklich. Einfach, weil ich die Level haben wollte, dass ich wieder besseres Werkzeug habe. Aber zweitens, weil wir es auch einfach brauchen. Ich find's gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Außerdem hat man da ja auch einfach mal Bock drauf, ja. Da jetzt richtig mega Bock drauf. Warum soll man es dann auch nicht machen? Ja, als wenn man sich, wie ich halt in der einen Folge schon gesagt habe, als wenn man sich dann quälen geht, da hat man ja überhaupt keinen Bock drauf dann auch farmen. Ja, jetzt will ich farmen, dann gibt man farmen. Und damit ist die Sache dann auch in Ordnung. So. Zack, zack, zack. Hier auch alles fertig. Hier haben wir auch noch ein bisschen Stein, das ist sehr gut. So, hier hoch. Und dann auch gleich uns einfach wieder hochbauen. Mein Gott, noch mehr. Moody. Upsa. So gefällt mir das. Guck mal. Whetstone. Whetstone. Whetstone, Kohle. Whetstone, Whetstone. Whetstone. Also, das sieht echt schon gut aus. Nicht mal ein Stack. Ein Stack. Eisenerz, ne. Aber wenn man sich überlegt, wir haben vorhin auf dem anderen, ja war auch über ein Stack Eisenerz. Aber ich glaube, wir hatten Eisenerz bei uns. Also daher will ich das jetzt gar nicht so groß schreiben. Aber ich habe eindeutig das Gefühl, dass wir in dem anderen Gang mehr hatten. Aber egal. Wir hauen jetzt hier einfach den Weg durch noch. Bis wir in unserem... Fotzen viel. Das habe ich schon gesehen, weil das so lange gedauert hat, bis die Fotze kaputt gegangen ist. Habe ich aber schon ewig nicht mehr gehabt, die Dinger. In Tacket waren die... War das Tacket? Was ich mit... Ich glaube, Tacket habe ich mit Andi gespielt, wo das so... Wo die Dinger so aufgekommen sind, Alter. Die hat man ja jetzt ja auch gerade gewonnen hättet. Also... Die waren ja gar nicht das Problem. Und schon wieder Eisenerz oder Kohle, was das ist. Äh... Gold meine ich. Aus wie Gold schon wieder. Aber alles mitnehmen. Man kann sich auch mal Goldäpfel machen. Wie gesagt, was ich auf jeden Fall machen werde, ist auf jeden Fall mal den Enderdrachen legen. Das will ich auch nochmal in diesem Projekt. Ich will so viel in diesem Projekt. Ich will so viel in diesem Projekt. Das ist so Wahnsinn. Ja, das ist so Wahnsinn. So wunderschön wie heute. Lalalala. So. Was haben wir noch? Nichts. So. Damit sage ich auch wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Minecraft. Hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn. Tschüss.